Heute spreche ich über fünf einfache Winteroutfits. Leute, ich will gar nicht lange um den heißen Bayer rumreden, sondern wir legen gleich direkt los. Falls ich die Produkte noch gefunden habe im Internet, habe ich die euch unten verlinkt. Falls nicht, habe ich euch identische Beispiele dementsprechend auch verlinkt. Starten wir mit dem ersten Outfit. Hier trage ich schwarze Lederstiefel von Zara. Die habe ich mir vor rund einem Jahr gekauft und ich muss sagen, ich bin immer noch top zufrieden mit den Trätern. Zusätzlich dazu eine schwarze, feine Hose von Zara mit Bügelfalte und da drauf ein Rollkragenpullover. Den habe ich allerdings von Uniqlo. Also einfach mal ein All-Black-Everything-Outfit, was immer funktioniert. Da drauf trage ich jetzt noch eine Winterjacke von der Marke Krakatau. Und diese Winterjacke ist wirklich hervorragend. Kann ich jedem weiterempfehlen. Die ist super warm, sehr hochwertig und vom Material her ist es einfach wirklich eine sehr, sehr gute Jacke. Auch in Kombination mit einem Rucksack passt das Optik perfekt. Alles in schwarz. Damit kann man auf jeden Fall immer im Winter vor die Tür gehen. Falls du übrigens noch ein paar generelle Guidelines brauchst zum Thema Outfits und Styling, dann check auf jeden Fall mal den Men's Style Guide aus. Mit dem Gutscheckcode DALENCOATED20 bekommst du übrigens auch noch 20% Rabatt auf dieses E-Book. Und das Ding kannst du dir einfach auf deinem Nier runterladen. Bei diesem Outfit trage ich braun-beige Wildleder-Sneaker, die kommen von Suitsupply und damit kombiniert beige Socken von Uniqlo. Die blaue Crop Trouser kommt von Zara. Und darauf dann einen blauen Rollkragen von Uniqlo. Und wenn man sich jetzt dazu noch den beigen Mantel hier hinzunimmt, dann wirkt die Kombination wirklich richtig schön. Gerade auch aus dem Grund, weil das beige sich sowohl in den Schuhen wiederfindet, als auch in dem Mantel. Ergänzend dazu noch Lederhandschuhe und ein Leder-Laptop-Case rundet das ganze Outfit dann einfach nochmal ab. Machen wir weiter mit Outfit Nr. 3. Hier trage ich beige Chelsea-Boots. Die habe ich schon vor längerer Zeit bei Gürz gekauft. Darauf eine karierte, feine Stoffhose. Die habe ich auch schon rund zwei Jahre. Kam damals von Zara. Einen beige Strickpulli. Den habe ich irgendwann mal ganz, ganz günstig im Sale geschossen. Und zwar bei H&M. Und da drauf jetzt nochmal den beigen Mantel von Zara. Und ergänzend dazu dann den Weekender in Wildleder-Braun. Passt, finde ich ganz gut. Ich kann allerdings nicht mehr genau sagen, woher ich den Weekender habe, denn der ist tatsächlich auch schon ein paar Jahre alt. Machen wir weiter mit dem vierten Outfit. Hier trage ich schwarze Doc Martens. Und ja Leute, wenn man die Doc Martens irgendwann richtig eingelaufen hat, dann sind die auch bequem. Da drauf eine schwarze Skinny-Jeans von Zara. Und einen schwarzen Basic-Coodie von Uniqlo. Alternativ könnte man jetzt hier zum Beispiel auch sehr guten schwarzen Rollkragenpullover kombinieren. Und da drauf dann eine schwarze Lederjacke im Biker-Style ebenfalls von Zara. Als Accessoire hier noch eine schwarze Tasche. Perfekt für den Alltag. Also auch mal wieder ein All-Black-Everything-Outfit. Und das geht bekanntlicher immer. Machen wir weiter mit dem letzten Outfit für heute. Hier trage ich wieder meine schwarzen Lederstiefel von Zara. Und ja, Elmose auch mit dabei. Eine schwarze Cropped-Trouser, ebenfalls von Zara, mit einer sehr feinen Bügelfalte. Einen beigen, feinen Rollkragen von Uniqlo. Da drauf dann ebenfalls eine Jacke von Uniqlo. Und die hat so ein Kaki-Grün. Und als Accessoire ergänzend dazu einen beige-schwarz karierten Schal. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen Inspo geben, was das Thema Winteroutfits angeht. Und jetzt wünsche ich euch in diesem Sinne einen wundervollen und vor allen Dingen gut beschützten, stylischen, warmen Winter.